Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Ja, 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 doch, das kann dir nicht egal sein. Ja, zu einer weiteren Folge. Was ist das denn? Life is Strange 2 mit dem alten Mann? Was ist da? Der grüne Raum, Gärtner-Kannabis, seltene erlesene Stämme, Öle, essbares Wachsprodukte, gültiger Ausweis erworderlich. Mhm. Ach, der Junge fühlt sich wohl, das ist das Wichtigste. Daniel Schuhe. Sie ist so süß. Some things do not change. Gemeinsam TV Show. What's that? It was in Brody's Tar. He gave it to you. Uh, well, uh, yeah. You stole it from him? I don't know. It looked cool and... You stole before, so I thought... Man. Yeah, 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 okay. I see what you did. But you should be careful. I know, I know. Don't worry. Nobody saw me, right? Right. Ja, wie er hat ja auch gestohlen, der Junge hatte ja recht. Ach, den hat er gekauft für den Jungen. Oh, das ist so cool. Ja, apropos malen, wartet mal. Oh, da war doch was. Nothing better than drawing to clear my head after this mess. I've looked enough. Time to draw now. Ach, da macht er das. Ach, man hört es kaum. Hey, not too bad. Aha, fertig. Zweite Runde. Hä? Hä? Hä, ich fühl... Das ist noch nicht fertig. Ich will mal gucken, ob ich mich noch wieder hinsetzen kann. Das ist noch nicht fertig geworden. Ach so. Cool. Ich denke, ich bin bereit, zu draw this. Es ist... kind of cool, zu haben, du jetzt in die Bett. Ich weiß gar nicht, wo er noch malt. Boah, das wird ja ein aufwendiges Bild. Jetzt hat er gespeichert. Ich kann nicht glauben, dass ich wirklich Daniel schreien kann, ohne ihn zu schreien, nicht alle zwei Sekunden zu schreien. Hm. Sehr gut. Aber ich kann mehr Details, wenn ich will. Natürlich wollen wir. Zeit, die Pen zu nehmen, Mann. Erinnert mich an dem kleinen Sohn von meinem Bruder, der ist aber noch etwas jünger. Der Hund fehlt noch. Verdammt. Vier Schöten sind ein B****. Ah, jetzt kommt er. Der guckt sich auch so. Kram an, aber er ist ja auch ein kleiner Junge noch. So, und jetzt geht's weiter. Inklusive Brandmelder, bitte. Mit allen Details. Der ist da voll drin, der Junge. Hey, nicht zu schlecht. Ah, fertig. Er ist so kalt, wenn er seine TV schaut. Ja, das ist der Lüterer. Gut für ihn. Das ist schön. So, jetzt haben wir das auch erledigt. Okay, hat ein bisschen gedauert. Entschuldigung, aber das tut Not. Das Handy lädt nicht. Oh, la, la. Fresh clean towels. No, go the other way. Let's put this in the bathroom for Prince Daniel. Was steht da? Hotelregeln. No worries. We don't have to build a fire tonight. Aha. Kein Rauchen, kein Lärm oder laute Musik. Kein Kochen und kein offenes Feuer. Frühstück von 7 bis 10 Uhr. Checkout bis 11 Uhr. Wir übernehmen keinerlei Verantwortung für verloren und geschuldene Gegenstände. Frühstück gibt's auch noch? Das ist ja cool. Ich vermisse GPS already. Aber zumindest sind wir nach links. Ja, wir müssen zu den Großeldern. Ich weiß gar nicht, wie wir da hinkommen sollen. Wasserhahn. Toilettenartikel. Wasserhahn. Ja, baden. Baden. Mann. Das heiße Wasser ist going to feel so good. Füll sie auf. Ah, das hab ich auch vorhin getan. Hm. Ja. Hey. Don't touch that. Time to be a kid again. Ja, cool. Das Schaumbad muss mit rein. Das muss duften und schäumen. Das tut's auch bei mir immer noch. Ich kann doch nicht baden und es gibt keinen Schaum. Das blanke Wasser. Was soll das denn? So, dann wollen wir mal gucken. Ansehen. Ja, wahrscheinlich. Duschen. Ach, das sind Blubberblasen. Das hab ich gesehen. Das hab ich gesehen. Badewanne. Ich krieg kein... Das Wasser reicht doch nicht. Reicht das? Oh, das reicht. Blub, 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 blub. Hey, Daniel. Bath's ready. What? Already? Can I finish this episode first? No, man. You smell so bad. There's no time to lose. Hey, you smell too. Oh, my God. Whoa. So many bubbles. Try and keep them in the bathtub. I will. Promise. Thanks. And no, the dog is not taking a bath with you. Okay, okay. Don't worry. Batsch. Oder zumindest die SIM-Karte rausnehmen. Ich rufe sie nicht an. Das ist einfach zu gefährlich. Wenn wir in Sicherheit sind, kann man das machen. Wenn es überhaupt eine Sicherheit gibt. Er guckt sich nur was an. Scheiße, da ist ein Video vom Papa drauf. Das geht doch nicht. Nimm die SIM-Karte raus, Junge. Oh, nee. Ich kann das nicht mit ansehen. Ich kann das nicht mit ansehen. Okay. Don't think about it. Just tell Daniel the truth. Are you kidding me? Remember that song? Come on, dance! Man, I can't dance right now. My legs are thrashed. Sorry. You're no fun. Daniel, come here. We need to talk. Can we get a drink first? I'm thirsty. Right now? You said I could have a coat. Or something. Okay. I'll get you a soda. But when I come back, we're going to talk. Serious. Fine. What's the big deal? Huch. Ist alles sau teuer da. Guckt euch das mal an. Zwei Euro, äh zwei Dollar. Oh, oh. Oh, 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 oh. Der Junge hat irgendwelche Kräfte. Das war ja... Daniel. Oh, fuck. Oh, my God. Daniel. What's happening? Daniel, calm down. You lied. Dad. Dad is dead. Ach, du Scheiße. I'm sorry. Calm down, Daniel. Let's just talk, please. You knew Dad was dead. You knew it. Why? Why did you lie to me? And to me. Daniel. I... I hate you. I hate you. You're not my brother. Don't say that. I know I messed up everything. We're gonna get through this. Don't touch me. Daniel, please. Oh. Shh. It's okay. Der ganze Dreck. I want Dad. Me too. You told me we were gonna see you, Dad. I'm sorry. I just... Just don't lie to me ever again. Ever. I promise. I won't lie to you again. I promise. I'm serious, Sean. I know. Me too, Danny. What are we gonna do without him? Shh. It's gonna be okay. It's gonna be okay. Ovi. Sean. Am I... a monster? Nothing is wrong with you. You're... different. Okay. What are we gonna do now? Um... I was thinking maybe we could go to Puerto Lobos. Where Dad grew up, you know? Yeah. I guess. It'll be fine, Daniel. There's nothing we can't do. as long as we're together. Can you tell me a story? Like he did? I'm not as good as him. He used to tell me bedtime stories, too. Once upon a time, in a wild, wild world, there were two wolf brothers living in their home lair with their papa wolf. They all lived happily together. But... But one day... Hunters took their dad away. Forever. So now the brothers were alone. And they had to find a new home. They started a journey through the great big forest. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ach, das war die erste Episode. Oh, meine Güte, meine Güte. Wundervoll. Also ich bin sehr angetan. Also mir gefällt das wirklich gut. Was für ein tolles Spiel bisher. Wer eine Vorlage für eine schöne Serie auf Netflix oder Prime oder keine Ahnung wo. Ich gucke mir sowas sehr gerne an. Serien, auch die mit Kindern oder mit Jugendlichen sind, aber eigentlich für Erwachsene sind von der Geschichte her. Oder auch für Erwachsene. Sowas gibt es ja mehr als genug. Ich will jetzt hier keine Werbung machen, aber oder was sagen, was ich so schaue. Ich kriege das sowieso nur halb zusammengestammelt jetzt, aber ist egal. Ja, beschleunigen. Schnell mitlesen. Ich mache die Stimmung jetzt ein bisschen kaputt, ich weiß. Aber ich bin auch begierig und möchte. Aha, dann brauche ich nur einmal kurz drücken. Ich möchte eigentlich weiterspielen. Ja, dann verlassen wir das mal. Also ich jetzt hier die Aufnahme und dann nachher, ja, sehen wir, spiele ich weiter und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge. Ich danke fürs Zuschauen und tschüss.